Mmmh. ... zersetzte sie nur langsam. Betroffen sind Delfine, Wale, Roggen, Meeresschirr... Mami! Ja? Trinken Fisch eigentlich Eistee? Nein, wie kommst du auf das? Wieso schwimmen dann überall in der Flasche im Meer? Damit wir für unsere Kinder Antwort bereit haben, setzen wir uns für Zero-Waste-Lösungen ein. Cobb – für mich und dich.